Da bin ich wieder, ja und, also, willkommen zu meinem Video, ja gut, also, ja, ihr wundert euch bestimmt, warum ich, ähm, hier einfach so rumfahre und da beim Video mache, ist doch nicht besonders, voll langweilig, ne, ich weiß, aber jetzt, ich zeige euch gleich, wenn wir da sind, wo es euch wirklich ist. Jetzt bist du eigentlich schon ein bisschen, sorry, sorry, jetzt bin ich hier, ich zeige euch jetzt, so, also, wie passiert es, ich weiß es hier noch so ein bisschen, aber ich will das nicht, also, es wird zu lange dauern und wartet, bis man weiter aufgebaut wird, ne, so, wow, ich bin gerade weiter aufgebaut, so, kam, jetzt siehst du, der Kran, der wird da oben oben, kann man das jetzt erkennen. Na gut, in der Zeit, wo es aufgebaut wird, also, jetzt wird es gerade, also, der Baggerfahrer, also, ich meine, der Kranfahrer, versucht jetzt gerade, das Vordertal anzukehren und da hilft dann damit, glaube ich. So, ich muss gleich weiter aufgebaut, und da, also, ich muss gleich weiter aufgebaut. So, ich bin Katan! So, ich bin Matan, das ja, so großartig! Ich kann es auch noch ein bisschen da machen, wie das aussieht. Der andere Car, der kleine Car, hat jetzt gerade was abgenommen. Aber auch an sehr lang. Ja, ich mach gleich weiter, wenn mal etwas Spannendes passiert.